Ich bin Tim Detmers und ich produziere Filme für Unternehmen und Kulturschaffende seit 2012. Was meine Kunden alle gemeinsam haben, ist eine Leidenschaft für ihre Leistungen oder ihre Produkte und eine entsprechende Geschichte, die sich erzählen lässt. Ich will nicht nur Imagefilme machen, ich will an den Kern. Warum haben es meine Kunden verdient, am Markt zu bleiben? Halt Leidenschaft und natürlich gute Arbeit. Wenn ihr gut seid, lasst mich euch helfen. Schönen Tag, liebe Grüße. Schönen Tag, liebe Grüße. Ble Calvin. !